Ich freue mich, dass wir viele oder überwiegend langjährige Mitarbeiter haben. Also das heißt, dass wir nicht immer ständig rotieren, sondern dass man viele schon von Kind auf kennt. Also ich sag mal viele von denen, mit denen bin ich aufgewachsen. Man unternimmt auch teilweise privat was zusammen und wir machen abends viel hier und ich hoffe, dass die nächsten Jahre alles weiter so bleibt auf dieser familiären Ebene. Wir möchten immer die Leute, die wir ausgebildet haben, auch im Betrieb halten, denn da weiß man, was man, wenn man sich selber ausgebildet hat. Die Kollegen hier in der Firma Hotze, ich sag mal, das ist auch einer der Pluspunkte der Firma Hotze, dass wir hier ein sehr kollegiales Miteinander haben. Meine Kollegen sind alle ziemlich locker und es macht schon Spaß. Also das ist schon eine zweite kleine Familie hier. Also die Kollegen ist schon ein großer Punkt, hierher zu kommen, aber auch allgemein. Das Klima ist hier super, die Kunden sind super und es macht wirklich Spaß hier zu arbeiten. Wir sind hier ein gutes Team, alle auch sehr, ja, sag ich mal, von der Altersstruktur her passt das natürlich auch sehr gut. Wir sind ja ein junges Team und das macht sehr viel Spaß. Ja, meine Motivation ist, jeden Tag hierher zu kommen, im Prinzip täglich vor neue Aufgaben gestellt zu werden, neue Probleme zu lösen, neue Wege gemeinsam zu finden, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die Zusammenarbeit mit den Kunden. Am liebsten ist die Vielfältigkeit, dass es alles immer was Besonderes ist. Es sind so viele Facetten hier im Unternehmen. Meine Motivation, hier zu arbeiten ist, weil die Firma Hotze ein solides, soziales, familiäres Unternehmen ist. Das macht es eben auch, dieses Familienunternehmen aus, dass wir mitgestalten können, Menschen mitformen können und die auch diesen Stallgeruch des Unternehmens Hotze haben und damit eben dementsprechend auch dieses Familienunternehmen leben. Und ich glaube, das macht es auch gegen wir unserem Kunden aus.